Willkommen zum Astral Tutorial. Heute geht es mal um Dynamic Lighting, also dynamische Beleuchtung und das habt ihr bisher bei mir noch nicht gesehen, weil ich das immer deaktiviert habe. Vielleicht kennt ihr das aber schon, wenn ihr schon selbst mal ein Spiel erstellt habt, denn ich glaube zumindest, dass das dann standardmäßig aktiviert ist. So wir machen das auch mal an, dafür gehen wir in unsere Quick Bar hier unten, das finden wir auf dieser Glühbirne hier und da klicken wir drauf, das ist momentan ausgeschaltet und wir stellen es mal auf Standard. So und jetzt sehen wir das schon, Dynamic Lighting bedeutet hier im Endeffekt nichts anderes, als dass der Sichtbereich von Charakteren beschränkt wird. Der bewegt sich dann natürlich auch mit den Charakteren mit, das ist ja ganz logisch, würde ja sonst wenig Sinn machen und das ist eine nette Sache, denn wenn wir in einem dunklen Dungeon sind, an der dunklen Höhle, dann erzeugt das nochmal etwas mehr Stimmung und das macht die Sache auch spannender, denn wir sehen ja auch nicht, was vor uns liegt und auch andere Charaktere oder Monster sehen wir erst, wenn sie in unseren Sichtbereich kommen. So, jetzt merkt ihr vielleicht schon, Dynamic Lighting ist eine schöne Sache, aber ganz alleine macht es eventuell noch gar nicht so viel Sinn, denn wir können ja immer noch hier durch Mauern zum Beispiel oder andere Hindernisse einfach durchschauen. Das können wir auch ändern, wie das geht, das zeige ich euch aber das nächste Mal, heute kümmern wir uns nur um Dynamic Lighting an sich. Wie verhält sich jetzt diese dynamische Beleuchtung? Wenn ich mal als Spielleiter auf einen Charakter draufklicke, dann wird mir immer der Sichtbereich angezeigt und alles andere auf der Karte wird schwarz dargestellt. Dabei ist es dann auch völlig egal, ob es sich dabei um einen Spielercharakter handelt, der von einem Spieler kontrolliert wird und hier in der Party mit drin ist oder wie hier unser böser NPC um einen Charakter oder ein Monster, das eben nicht in der Party drin ist und nicht von Spielern kontrolliert wird. Wenn ich als Spielleiter irgendwo auf die Karte draufklicke, sei es hier im Sichtbereich oder hier im schwarzen Bereich, dann verschwindet dieser Sichtbereich hier wieder und ich kann wieder die gesamte Karte sehen, damit ich einen besseren Überblick bekomme. Bei Spielern ist das natürlich anders. Die können nicht hier einfach irgendwo auf die Karte oder ins Schwarze reinklicken, die sind immer und zu jeder Zeit auf den Sichtbereich ihres Charakters beschränkt. Den Radius eines Sichtbereichs, also wie weit wir überhaupt schauen können, den können wir selbstverständlich noch anpassen. Dann nehmen wir mal als Beispiel den Alric und öffnen hier seinen Charakterbogen und dann klicken wir hier auf Vision, da finden wir diesen Schieberegler und wenn wir den nach rechts verschieben, dann wird der Sichtbereich größer und wenn wir den nach links verschieben, wird der Sichtbereich kleiner. Ich mache ihn jetzt mal richtig klein, sagen wir mal hier auf 10, dann schließe ich das kleine Fensterchen, damit das gespeichert wird und wir sehen schon hier, der Sichtbereich vom Alric ist doch deutlich geschrumpft. Wenn wir Dynamic Lighting benutzen, aber als Spielleiter jetzt nicht möchten, dass der Sichtbereich unserer eigenen Figuren, also NPCs und Monster eingeschränkt wird, einfach um eine bessere Übersicht zu haben, wenn wir unsere Figuren über die Karte bewegen, dann können wir da zu einem kleinen Trick greifen. Wir nehmen mal hier unseren bösen NPC und öffnen hier den Charakterbogen, klicken dann hier wieder auf Vision und schieben den Regler einfach ganz nach rechts, ganz hoch, hier auf 300, speichern das Ganze wieder und 300 hier ist in dem Fall ein so großer Bereich, dass auf jeden Fall die gesamte Karte aufgedeckt ist. Wir können jetzt also auch unseren NPC bewegen und können trotzdem die gesamte Karte sehen. Klar ist aber natürlich, dass wir jetzt auch nicht mehr sehen, wie weit unsere Figur eigentlich schauen kann. Ob das für euch eine Rolle spielt oder nicht, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Wir haben noch weitere Optionen für Dynamic Lighting. Wenn wir uns so einen Sichtbereich mal anschauen, dann sehen wir, dass die Grenze der Rand ganz klar definiert ist. Das können wir erstmal ändern, wir gehen mal ins Menü rein und sagen statt Standard hier Enhanced, also erweitert und dann sehen wir nämlich, dass der Rand hier so ein bisschen verschwimmt und das sieht gleich noch mal viel besser aus und sorgt noch für etwas mehr Stimmung. So, wir können aber auch noch richtige Effekte benutzen. Da gehen wir wieder ins Menü rein und hier steht uns der Effekt Fog, also Nebel, zur Verfügung. Es gibt hier unten noch weitere Effekte, die sind aber wieder dem Pro Account vorbehalten. In der kostenlosen Version geht nur der Nebel und den aktivieren wir jetzt mal und dann sehen wir schon, da wird der äußere Bereich jetzt nicht mehr schwarz dargestellt, sondern in so einem Nebel. Ob euch das gefällt, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden, aber gerade wenn wir in bestimmte Situationen kommen, zum Beispiel wenn wir urplötzlich in eine andere Dimension reingerissen werden, dann kann das doch noch mal für ein anderes Spielgefühl sorgen. So, ich mache es noch mal aus, gehe wieder auf Standard zurück und jetzt gibt es noch hier den Regler für die Transparenz. Wir können also den äußeren Bereich auch transparent gestalten. Wir können diesen Regler nicht stufenlos verschieben, aber in verschiedenen Stufen. Ich mache den mal eine Stufe runter und dann sehen wir jetzt schon, der äußere Bereich wird nicht mehr ganz schwarz dargestellt, sondern ist jetzt etwas transparent. Wie gesagt, wir können den Regler noch weiter runter schieben, noch mal ein, zwei weitere Stufen hier und dann sehen wir, wird die Transparenz deutlich stärker natürlich. Als Spieler wird uns selbstverständlich immer nur der Sichtbereich des eigenen Charakters angezeigt. Wenn wir möchten, können wir das aber auch so einstellen, dass die Spieler ihren Sichtbereich untereinander teilen. Dann gehen wir mal ins Menü hier wieder rein und aktivieren die Option hierbei Share Party Vision. Das machen wir mal an und dann sehen wir das schon. Die Johanna hier, die sieht jetzt nicht nur ihren eigenen Sichtbereich, sondern eben auch den Sichtbereich aller Charaktere, die sich hier mit in der Party befinden. Selbstverständlich sieht sie aber nicht den Sichtbereich von irgendwelchen Monstern oder NPCs, die sich nicht mit in der Party befinden. Als Spielleiter verhält sich das etwas anders. Wenn wir als Spielleiter mal auf einen NPC draufklicken, also auf einen Charakter, der sich nicht mit in der Party befindet, dann sehen wir die Sichtbereiche aller Charaktere auf der Karte, ganz egal, ob die erst in der Party sind oder nicht. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Wenn euer Computer oder der Computer einer eurer Mitspieler vielleicht schon etwas älter ist oder allgemein einfach nicht so viel Power hat, dann kann es passieren, dass bei dieser Person eventuell Dynamic Lighting nicht richtig funktioniert, dass das Spiel also nicht mehr flüssig läuft, dass es ruckelt, hakelt etc. Das liegt aber nicht an Astral, sondern eben immer am Computer der jeweiligen Person. In diesem Fall könnt ihr aber mal hingehen und wenn ihr mal hier ins Menü bei Dynamic Lighting reingeht, würde ich dann empfehlen immer nur die Standardversion zu benutzen, also nicht enhanced und auch keine Effekte. Denn hier diese Standardversion, die ist deutlich weniger leistungsintensiv und damit sollte es eigentlich bei jedem problemlos laufen. Das war's für heute, wie gesagt, das nächste Mal werde ich euch dann zeigen, wie ihr auch verhindern könnt, dass die Spieler durch Mauern durchschauen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren, bis zum nächsten Mal, macht's gut!